Dieser wunderschöne Fortunio Coria Titanium könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Der Euro 6 Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Schiebetüren hinten erleichtern den Einstieg. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Leichtmetallräder unterstreichen den luxuriösen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze bieten viel Komfort und eine hohe Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Tourneo schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und Nebellampen vorne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gibt es auch noch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken, eleganten Ford Tourneo Courier Titanium und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spass haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Du hast es ein hier. Vielen Dank.